Ja, mein Name ist Münter Dahlen. Ich bin Abteilungsleiter der Plan- und Logistik-Arbeitsvorbereitung im Kabelwerk in Eupen. Wir haben unsere Produktionsstätte in Ost-Belgien. Kabelwerk Eupen, auch bekannt als Eupen-Kabel, ist einer der führenden Kabelhersteller in Europa. Und wir produzieren eine breite Palette an Kabeltypen an einem Standort hier. Mit über 800 Angestellten können wir um die 10.000 unterschiedliche Kabeltypen herstellen und verkaufen diese weltweit ungefähr in über 60 Ländern und sind somit sehr breit aufgestellt im Bereich Kabelherstellung. Also ich bin seit 2018 Mitglied des User-Champion-Programms von Delmia Ochtems. Und es ist super, Wissen und Ideen austauschen zu können, die Erfahrungen in der Community helfen, die Software bestmöglich zu nutzen. Die Gruppe dient auch als Informationskanal zwischen Benutzern und Entwicklerteam. So kann Delmia das Produkt auf Basis unseres Feedbacks auch gut weiterentwickeln. Ich mag auf jeden Fall das Dashboard auf der User-Champion-Webseite, auf dem man regelmäßig Neuigkeiten lesen kann, die veröffentlicht werden und auch, wo sich die Mitglieder untereinander austauschen und dementsprechend davon profitieren, dass viel Wissen auf einer Oberfläche zusammenkommt. Ja, in meiner Freizeit bin ich als DJ unterwegs. Ich liebe den Kontakt zum Publikum. Es hält jung, ich werde älter, das Publikum ist jung. Dementsprechend ist es schön, mit jungen Publikum zu interagieren. Vor vielen Jahren stand ich noch knapp 100 Mal pro Jahr auf der Bühne. Aber jetzt mit dem Alter, mit Familie, mit Beruf reicht es, wenn man den Kick so einmal im Monat hat und es macht weiterhin Spaß, aber in einem reduzierten Rahmen dann. Also mein Rat ist auf jeden Fall, bleibt offen für neue Ideen. Selbst wenn man schon viele Jahre in einem Job arbeitet und man denkt, man kann nichts Neues mehr lernen. Deshalb ist es eben interessant, Mitglied in der Gruppe zu sein. Manchmal sieht man Tipps und Tricks von anderen Usern, die ganz andere Produkte herstellen oder komplett unterschiedliche Produktionsprozesse haben. Auch daraus kann man eventuell Elemente für seine Planungslogistik aufnehmen und sich eben weiterentwickeln, anstatt immer auf derselben Entwicklungsebene stehen zu bleiben. Ja, also wir benutzen Delmia Ochtems seit 2010. Wir haben uns damals mehrere andere Produkte angeschaut. Dann stellte sich aber heraus, dass Ochtems für uns das beste Paket für unsere Bedürfnisse anbietet. In den zwölf Jahren haben wir schon viele Veränderungen auf dem Markt und in unseren Arbeitsabläufen erlebt. Und der Vorteil ist, Ochtems bietet viele Möglichkeiten, ohne einen großen, besonderen Aufwand, Planungskriterien anzupassen und sich immer wieder auf die neuen Situationen einzustellen. Das geht eben recht einfach und ist eben von Ochtems recht offen gehalten. Besonders auch nachdem wir im letzten Jahr 2021 von einer großen Flut überrascht wurden und eine Großteil unserer Fabrik zerstört und bestätigt wurde, hat Ochtems uns geholfen, immer den nötigen Überblick zu halten über die Maschinen, über die Ressourcen, über die Kapazitäten, die dann mit der Reparatur und der Inbetriebnahme der Maschinen so langsam wieder in Betrieb genommen wurden. Wir sind auf jeden Fall immer wieder erstaunt über die Geschwindigkeit von Ochtems. Wir simulieren mehr als 250 Maschinen über ein halbes Jahr, also über sechs Monate und haben damit ungefähr immer 25.000 Arbeitsschritte, die in Ochtems gleichzeitig geplant werden. Und das geht in einer sehr guten Geschwindigkeit, sodass man schnell Simulationen über einen recht komplexen Arbeitsablauf erstellen kann. Und dann ist eben die gute Visualisierung in Ochtems für uns ein Vorteil. Man kann jeden Anzeigebildschirm so anpassen, mit den nötigen Informationen belegen, sodass man immer alles relativ schnell, jeden Tag und zu jedem Zeitpunkt abrufen kann und einsehen kann. Zudem, zu der normalen Anzeige nutzen wir auch sehr stark den Berichtsdesigner, der in Ochtems integriert ist, um einfach Daten abzurufen oder eben unsere täglichen Berichte zu verschicken. Das ist auch sehr einfach gehalten und nutzt nur eben sehr viel. Wir können uns eigentlich kaum vorstellen, ohne Ochtems weiterzuarbeiten oder auf eine andere Umgebung zu wechseln. Wir sind auf jeden Fall weiter überzeugt, dass Ochtems für uns die perfekte Produktionsplanungslösung ist und sind immer froh über alle Entwicklungen, die in Ochtems kommen und werden uns dann auch die nächsten Jahre weiterhin mit Ochtems arbeiten. Danke schön. Danke schön. Danke schön.